Herzlich willkommen zu unserer ersten Modenschau aus dem Lüthi-Look im Rahmen unserer ganzen Modenschau-Serie, die wir Ende Oktober aufnehmen, um für euch Moden nach Hause zu bringen und euch wirklich zu zeigen, was mitzutragen und Freude zu machen mit den neuen Farben und Outfits. Wir fangen an mit der sportlichen Modenschau von Grösse 34 bis 46, coole, lässige Kombinationen für die sportlich-dynamische Frau. Wir zeigen herbstliche Übergangsvarianten, nachher aber auch wärmere Kombinationen, wenn es dann wirklich kalt wird, zeigen euch die Spiele der Accessoires und am Schluss möchten wir euch noch mitnehmen, das weihnachtliche Fest. Wir haben wärmere Qualitäten natürlich im Moment, wir reden viel von Manchester, nachher haben wir auch die Weidkombinationen, farblich wird selbstlich, Olive, Orange, Nuancen, aber ganz aktuell sind auch die Ton-in-Ton-Beige, Geschichten, Braun ist ein Newcomer, bei den Hosen immer noch weite und schmale Formen. Lass mich doch einfach überraschen lassen, ich erzähle nicht mehr viel mehr über die Modentrends, ihr seht es dann gleich selber. Wir freuen uns, euch im Lüthi-Look zu begrüssen und euch die lässigen Ideen, Möglichkeiten direkt bei uns zu präsentieren. Bis bald im Lüthi-Look und jetzt anfängt bei euch hier heim in Stuben. Bis bald im Lüthi-Look und jetzt anfängt bei euch, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020